Locker, ich denke von euch, haben wir die Frage, die wir uns jetzt hier noch gemeinsam in der Beschäftigung beschäftigen. Für Gott, für Öl und für Geld. Während wir hier stehen und friedlich demonstrieren, dass wir nicht die Hoffnung und die Zuversicht verlieren, werden irgendwo, das heißt auf dieser Welt, Fenschen schlagen, auf dem Soldat vor dem Licht gestellt. Wer lieblich und betreten, mit vorgehaltenem Waffen zum Verhör geblieben, abgeführt, an die Wand gestellt, ist noch für Gott, für Öl, das Geld. Während wir hier stehen und deutlich machen, wir lassen uns nicht zum Mitgliedern machen, werden irgendwo, das heißt auf dieser Welt, Mittel bewilligt, Gelder bereitgestellt, Waffen entwickelt, Pläne gemacht, für mehr Effizienz in der nächsten Stadt. Werden Menschen verplant und aufs Schattenrecht gestellt, immer für Gott, für Öl und für das Geld. Während wir hier stehen und der Opfer im Denken, der machte die Hass, keine Gedanken schenken, sitzen irgendwo, das heißt auf dieser Welt, Menschen, die nur eines im Leben kennen. Was sind Themen, von hatte bis hier, für die wir ein einziger Gedanke zählen? Schrauben kommen uns dran, wollen sterben und hält, immer für Gott, für Öl und für das Geld. Während wir hier stehen und anlässlich streiten, in unserer Welt, 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 das heißt auf unserer Welt, Menschen vor die wirkliche Wahl gestellt. Schießen oder stören. Leben durch Tod. Beendet eingebend, durch das andere Leben. Wirklich damit ab. Darum dreht sich die Welt. Du bist du weichst. Wirklich damit